We're in German with Anja! Hallo alle zusammen! Heute sprechen wir über Präpositionen. Today we will talk about prepositions. Aber zuerst habe ich eine Neuigkeit für euch. First, I have news for you. Und zwar habe ich einen Kurs für Deutschlehrer gemacht. I did a course for German teachers. Und der Kurs ist vom Goethe-Institut. The course is from the Goethe-Institut. Maybe you know them. Und ich habe den Abschlusstest bestanden. I passed the final exam. Ich zeige euch schnell mein Zeugnis. I will quickly show you my Zeugnis is like Certificate or Testimony. So, das Zeugnis Fernstudienprogramm Deutsch unterrichten. This means Distance Study Program teaching German. Also, das ist eine professionelle Qualifikation für Deutschlehrer. It's a professional qualification for German teachers. Und Frau Anja Winter, geboren am 5.7.1990 in Großroersdorf, hat den Fernstudienkurs DAF Methodik und Didaktik mit Erfolg absolviert. So, Miss Anja Winter, born on the 5.7.1990 in Großroersdorf. Practice saying that, then your German will be better. Großroersdorf hat den Fernstudienkurs, so, has passed the Distance Study Course DAF Methodik und Didaktik. DAF means Deutsch als Fremdsprache. So, German as Foreign Language. Methodik und Didaktik, that's what it's called. Mit Erfolg absolviert. So, I passed it successfully. And then they describe a little bit more. Und die Gesamtnote. So, the final grade is sehr gut. Very good. So, it's the best mark you can get. Also, ich bin sehr glücklich. I am very happy. Und ja, ich wollte euch das nur schnell sagen. I just wanted to tell you that, weil ich habe den Kurs ungefähr ein Jahr gemacht. I did this course for about one year. Always a little bit, a little bit more and so on, you know. And now I'm finally done and I passed. Und ja, das ist gut. Heute sprechen wir über die Präpositionen zu und in. Was ist der Unterschied? What is the difference? So, zu means to go there, to go somewhere. And in means to go inside of the building. So, let's have a look. Zu, in the picture you can see, it just means you go somewhere, to a building. In means you go inside of the building. So, let's have a look. So, for example, zum Kino versus ins Kino. Zum Kino just means, for example, I can say, wir gehen zum Kino. It means we just go to the building, to the cinema. But it doesn't necessarily mean that we go inside. But usually you would say, wir gehen ins Kino. Because usually you want to go inside of the cinema. No? You want to watch a movie, I guess. So, then the next one is the same. zur Post oder in die Post. zur Post means you just go to the post office. In die Post means, for example, maybe you were talking in front of the post office to somebody and then you say, okay, ich gehe in die Post. I go inside of the post office. zur Bank, in die Bank. Same thing. zum Bahnhof, to the train station or inside of the train station. Alright? So, that's pretty simple. Wann kann man beides benutzen? So, when can you use both? There are some cases where you can use both. And it always depends also a little bit on the context. You know, you have to get a feeling for German to completely understand it. So, let's have a look. My daughter goes to school. You can say, Meine Tochter geht zur Schule. So, you use zur Schule. It means zu der Schule. Das ist dativ. It's dativ. Zu always demands the dativ. And you can also say, Meine Tochter geht in die Schule. Also means, my daughter goes to school. So, in this case, it really doesn't matter. It depends on where you are in Germany, what they say. There is no explanation. You can use both. Aber, but, aber. Ich fahre mit dem Bus zur Schule. Das ist okay. That's okay. You can say that. It means I drive or I ride with the bus to school. Das ist okay. Aber, aber. Aber, ich fahre mit dem Bus in die Schule. Das ist nicht okay. That means that you drive literally with the bus inside of the school. It just sounds strange. Es klingt komisch. Es klingt komisch. It sounds strange. Es klingt komisch. So, ich hoffe, das habt ihr verstanden. I hope you understood this. Es kommt oft auf den Kontext. It often depends on the context. Aber generell, generally, generell, Zu is just you're going to a building. Zu can also mean to a person, but we won't talk about this now, ja? Generally, it's just to a building. Und in means that you go inside. Alles klar? All clear? So, und das ist die Hausaufgabe. That's the homework. Ich fahre, brr, Supermarkt. I drive to the supermarket. In, or zur, or zum. Was ist die Lösung? What is the solution? So, and the second one. Du stehst vor dem Supermarkt und möchtest hineingehen. So, you're standing in front of the supermarket and you want to go inside. Hinein. Bitte schreibe deine Antwort in die Kommentare. Please write your answer in the comments. Und wir werden noch mehr über Präpositionen sprechen. We will talk more about prepositions. So, no worries. Keine Sorge. Wenn dir dieses Video gefällt, dann bitte Daumen nach oben. If you like this video, then please press the like button. Daumen nach oben. Die Daumen sind the thumbs und nach oben means to the top. There you have the preposition nach, which is also used for directions and geographic locations. If you want to learn more about the preposition nach, I will link the video here. Ich verlinke das Video für dich hier. Und das ist alles für heute. Dankeschön und tschüss. Ich bin das für heute. Ich bin das für heute.